Mit der Kraft Gottes komme ich zu euch und ich grüße euch, O Marta Satt. Ich bin Engel Michael. Ich komme, um dir zu helfen, dich aus Verstrickung zu lösen. So viel stürmt auf euch ein und gleichzeitig werden neue aktionale Linien in euch gelegt, in euren Lichtkörper und aktiviert. Wundert euch nicht, dass ihr so erschöpft seid. Große Reinigungsprozesse finden statt, in jedem Einzelnen auf Erde. Doch dies bedeutet auch, dass eure Begrenzungen fühlbar werden. Euch ins Bewusstsein schwingen, im Körper spürbar werden. Das Licht und das Dunkel aus dem Kollektiv trifft sich in euch. Das Licht aus den hohen Reichen, das euch läutern möchte, euch Bewusstsein und Erkenntnis bringen möchte. Und das Dunkel, das in euch noch verborgen ist, steigt auf. Doch nicht nur in euch selbst, auch im Kollektiv und in euren Nächsten finden sie selben Prozesse statt. Doch nicht jeder erlebt sie auf die gleiche Weise. Manche werden krank, andere aggressiv, dritte wiederum traurig, vierte erschöpft. Und einige spüren sie gar nicht. Helfen kann euch in dieser Zeit, wenn ihr ganz bei euch selbst seid. Wenn ihr den Raum in euch schafft, wo ihr mit euch selbst eins seid. Den inneren Raum eurer Zuflucht. Und nichts kann in diesen Zeiten wichtiger sein für euch, als euch dorthin zu begeben. In diesem inneren Raum, in diesen inneren Raum in euch selbst. Den ihr leider doch immer wieder im Alltag vergesst. Weil ihr euch zu sehr im Außen bewegt, eure Energien zu anderen fließen. Vergesst ihr euch oft selbst. Die Kunst ist, für andere da sein zu können und sich selbst dennoch nicht zu vergessen. Sich stets der eigenen Unantastbarkeit gewahrt zu sein. In diesem Raum, eure Heiligkeit, seid ihr stets unversehrt. Seid ihr stets im Gleichgewicht. Meditation kann euch helfen. Meditation kann euch helfen. Aktiv im Nichttun sein. Den geheimen, heiligen Namen Gottes zu singen. Zu schwingen. Euch durchfluten zu lassen. Vom Geist Gottes. Kann euch erfüllen mit Kraft. Während in euren Meditationen der Stille, ihr oft euch verzettelt in euren Gedanken. So kann das Singen des geheimen Namen eure Gedanken befrieden. Und ihr könnt anfangen zu lauschen, so wie es euch gegeben wurde. Und danach, in dem Raum der Stille, wo Gott in euch schwingt, fühlen, was ist. Dies bedarf nicht vieler Stunden und Zeiten. Doch einige Minuten eurer Zeit ist nicht zu viel verlangt. Es ist eine Frage der Koordination und der Absicht. Selbst wenn ihr Auto fahrt, könnt ihr ausgerichtet sein auf den inneren Raum in euch. Selbst wenn ihr putzt und kocht, könnt ihr ausgerichtet sein auf den inneren Raum in euch. Und wenn dies eine stille Gewohnheit in euch wird, so werdet ihr mit anderer Kraft kommunizieren mit euren Mitmenschen. Ihr werdet eine andere Standfestigkeit haben. Es wird euch nicht mehr so erschöpfen. Denn sich mit dem göttlichen Geist zu verbinden, ist ein unversieglicher Quell der Energie, der Macht und der Kraft, der euch zuströmt. Es kann euch geschehen, dass Müdigkeit wie weggeblasen ist oder Schmerzen verschwinden. Doch einige Minuten eurer Zeit, ich meine nicht drei Minuten, sondern eher 15 Minuten, sollten euch möglich sein. Herzengel Michael, läd dich ein, mich zu rufen in deinem Alltag, das orange-rote Feuer durch dein Haus schwingen zu lassen, um die Energien zu reinigen, damit du wieder Klarheit hast und mehr Leichtigkeit. Herzengel Michael, läd dich ein, mich zu rufen, dir zu helfen täglich, alle Verbindungen zu kappen, die dir nicht dienlich sind. Denn eure Nächsten, die euch brauchen, hängen sich an euch mit Energiefäden in eure Chakren und nähren sich von eurer Energie. Dies ist nicht böse. Dies ist einfach, weil sie schwächer sind als ihr, weil sie euch brauchen. Doch die einzigen Energieverbindungen, die ihr stehen lassen dürft, wenn ihr eure Kraft bewahren wollt, sind die Verbindungen des Herzens, die Verbindungen der reinen Liebe. Alle anderen solltet ihr trennen, sobald ihr euch nicht mehr mit ihnen auf der physischen Ebene verbindet, sobald ihr nicht mehr mit ihnen sprecht, ihnen nicht mehr hilft oder Heilung gebt. Denn diese Energieverbindungen, die sich in euch angehängt haben von so vielen Menschen, zehren an eurer Kraft. Und die Wahrheit ist, sie sind nicht für den anderen dienlich, genauso wenig wie für dich selbst. Deshalb erlaube dir, sie zu kappen und mich zu rufen, dir dabei zu helfen und dass mein goldenes Schwert, mein Lichtschwert durch deine Lichtkörper fegt und alle energetischen Verbindungen durchtrennt, die dir nicht mehr dienlich sind. Jeden Tag. Dies sind Sekunden deiner Zeit. Dies sind Sekunden deiner Zeit. Es ist eine Frage der Organisation, wie du deine Zeit ordnest, wie du ihr Raum, wie du Raum gibst für 15 Minuten, die nur dir gehören, dir und Gott, dir und Gott in dir. Diese wenigen Minuten deiner Zeit bewirken so unendlich viel. Und wenn die Prozesse so heftig werden, so kannst du auch darum bitten, etwas sanfter vorzugehen, dir eine Atempause zu gönnen. Du musst nicht alles auf einmal lösen und klären. Werde auch Schöpfer. in der Weise, dass du dein Tempo bestimmst. Doch all dies ist eine Frage deiner klaren Absicht. Deiner klaren Absicht, Schöpfer zu sein, Herrscherin in deinem eigenen Raum. Manche Menschen müssen lernen, für andere da zu sein und sich ihnen hinzuwenden. und wieder andere müssen lernen, sich auch einmal abzugrenzen und sich selbst Raum zu schaffen, ohne schlechtes Gewissen, ohne Ausrede, dass sie keine Zeit dafür haben, weil so viel von ihnen gefordert ist. Denn Geliebte, ihr lebt in der Polarität und sogar noch in der Dualität. Also ist das Nein genauso wichtig wie das Ja. Und beides sollte ganz klar von Herzen gegeben sein. Und wie oft sagen wir euch, setzt euch nicht unter Druck. Rom ist nicht an einer Nacht oder an einem Tag erbaut und du bist noch kein perfekter Meister. Erkenne deine Grenzen genauso wie deine Stärken und liebe dich so wie du bist und verlange nicht Unmögliches von dir. Fühle dich nicht für alles und jeden allein verantwortlich. Wisse, die größte Verantwortung, Geliebte, hast du für deine Verabredung mit dir selbst, für deine Verabredung mit Gott in dir. Denn wenn du dir dies gibst, wenn du dich in der klaren Absicht täglich mit dir selbst und Gott in dir verbindest, kannst du so viel mehr und so viel besser dienen. und du kannst es auch so machen, dass du so und so viele Tage die Woche eine Viertelstunde dir nimmst für dich selbst für deine Verabredung mit Gott in dir und den Rest der Woche ein Channeling hörst, deinen Schritt machst und angehoben wirst in der Verbindung mit der Frequenz deiner Schulung. einen Tag die Woche ist das zu viel? Einen Tag die Woche bedeutet an einem Tag eine halbe Stunde oder 40 Minuten ist das zu viel? und wirst du sagen, du hast gut reden, du bist in einem ganz anderen Raum, du hast all diese Notwendigkeiten und Zwänge nicht, die uns umgeben und auf uns einwirken und du hast ja recht. Doch du kannst es verändern, indem du dir selbst Priorität einräumst. das ist das Gegenteil von dem, was du bisher gelernt hast in der Schulung deiner Kindheit. Doch das ist das, was ich dir jetzt sage. Was glaubst du? Wenn eine Mutter nicht für sich selbst sorgt und alles nur ihrem Kind gibt, sagen wir die Nahrung, dann stirbt die Mutter und das Kind auch. weil die Mutter es nicht mehr nährt. Also wie wichtig ist es für die Mutter, sich selbst zu nähren, damit sie ihr Kind leben kann und genährt wird. Und du bist die Mutter und du bist auch das Kind. Beides ist in dir und für beides trägst du Verantwortung. und du bist auch das Kind. Herzlichen, Michael, lässt das blaue Licht in diesen Raum fließen und mit dem blauen Strahlen lasse ich die Kraft Gottes einströmen. Die Kraft Gottes einströmen. Und so sage ich dir, die Kraft und die Macht Gottes ist ebenso wichtig wie die Liebe, die Liebe Gottes. Benutz die Kraft und die Macht Gottes, um deine Gotteskraft in dir zu lieben. Um dich selbst und Gott in dir zu lieben. Und diese Macht drückt sich aus durch deine Absicht. Deine Geradlinigkeit. Und der Erzengel Michael lässt nun energetisch sein Lichtschwert in deine Wirbelsäule schwingen. Schwinge, dass es dich aufrichte in die Kraft und Macht deiner selbst. In die Kraft und Macht der klaren Absicht. Wo du mit Ja, mit Kraft und mit der Entschiedenheit und mit Klarheit Ja sagen kannst und auch Nein. Denn manchmal und das wisst ihr schon ist ein klares Nein eigentlich ein klares Ja ein klares Ja zu euch selbst. So erlaube dass das blaue Licht sich um dich legt wie ein Mantel und dich erfüllt mit der Kraft und dem Schutz des Michael und auch dies kannst du einfordern von mir dich zu umhüllen und zu schützen mit dem blauen Licht des Michael Tue dies bevor du zu den Kranken gehst Tue dies bevor du zu Menschen gehst die dich brauchen Tue dies bevor du die Anforderungen des Tages angehst um deine Kraft zu bewahren und wirklich Kraft zu haben für andere und vergegenwärtige dir das Schwert des Michael in deinem Rücken das aufrecht in deiner Wirbelsäule schwingt dich aufrichtet dir Kraft gibt und die Kraft der Wahrhaftigkeit denn wisse je klarer, wahrhaftiger und stärker du bist desto mehr können andere von dir bekommen ohne dich zu erschöpfen ohne dich zu erschöpfen und so sprich mit mir die Worte Gott ist Kraft Gott ist Liebe Gott ist Wahrheit und Gott ist Freiheit nimm dir die Attribute mache sie dir zu eigen denn du bist der Ausdruck Gottes du bist der lebendige Ausdruck Gottes auf Erde also ist die Kraft Gottes dein ist die Liebe Gottes dein ist die Wahrheit Gottes dein ist die Freiheit Gottes dein alles andere ist Illusion alles andere ist Verstrickung löse dich von den falschen Bindungen und erkenne dich in Freiheit an erkenne dich in Freiheit an und wisse Wahrheit führt zu Wahrheit und manchmal muss sie nicht erklärt werden es reicht dass sie ist was sie ist so fühle dich niemals schuldig weil du Wahrheit folgst in dir das sind alte Verstrickungen das sind alte Konditionen Konditionierungen doch du Seele bist einen weiten Weg gegangen und hast noch einen weiten Weg vor dir und es ist jetzt die Zeit sich zu befreien es ist jetzt die Zeit dich zu befreien und nun wirst du sagen gerade jetzt sagst du dies zu mir wo ich doch so viel Verpflichtungen habe ja gerade jetzt sag ich dies zu dir wenn du kannst deinen äußeren Verpflichtungen nachgehen und dich dennoch innerlich frei halten dich dennoch innerlich frei halten und dies gilt es zu üben und so biete ich dir noch einmal an rufe mich zu jeder Zeit wann immer du meine Unterstützung brauchst und ich werde da sein und sie dir geben und dies dauert nur Sekunden Sekunden deiner Zeit also finde keine Ausrede warum du die Zeit nicht hast denn ich bin dein Freund ich bin dein Beschützer behandle mich wie einen Freund behandle mich wie deinen Beschützer lasse mich teilhaben an deinem Leben und du wirst sehen du wirst stärker und kräftiger werden und freier und so sage dir wenn immer dir danach ist ich bin im Schutze des Michael ich bin im Schutze des Michael und fühle die Kraft die in diesen Warten die in diesen Warten liegt geliebte sprich mit mir in deiner Seele sprich mit mir in deinem Herzen jetzt was du dir ersehnst von mir was du von mir brauchst um deinen Alltag kraftvoller zum Meister und wisse es ist dir gegeben in dem Moment da du es aussprichst innerlich mit mir Dein Wissen Auch wenn ich manchmal streng erscheine So bin ich doch reine Liebe Und meine Kraft ist unendlich allmächtig Und deshalb lasse ich jetzt Gottes Allmacht fließen Dass du dich näherst Dass du davon trinkst Dass du dich dort hineinbettest Dass du es aufnimmst Mit jeder Faser Deines Seils Deines Seils Deines Seils Deines Seils Untertitelung des ZDF, 2020 Die Heimat Gottes ist ein großes Gnadengeschenk und alle Wesen lieben es, wenn sie ausgeschüttet wird und versammeln sich, um sie zu empfangen. Alle Engel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020